... sauber. ... dann überlegen sich doch noch mal eine Leine für die... ... dann lassen wir mal eine schöne Leine... ... die Hälfte... ... ja, wir brauchen einander gut, wir müssen doch noch mal... ... jetzt ist das Geschirr, was wir hier werden... ... also mal den passenden Umzug...